Sagen des klassischen Altertons, gesammelt von Gustav Schwab. ZWEITER THEIL – DIE Sagen Trojas Taten des Achill und Ajax Von den nächsten Kriegsjahren vor Troja erzählt die Sager nichts Ausführliches. Die Griechen lagen nicht untätig vor Troja, da aber die Bewohner dieser Stadt ihre Kräfte schonten und selten Ausfälle machten, so wandten die danach ihrer Macht gegen die Umgegend. Achill zerstörte und plünderte allmählich zwölf Städte mit seiner Flotte, elf nahm er zu Lande ein. Dem Priester Chryses führte er auf seinen Streifzuge nach Mysien seine schöne Tochter Astinome oder Chryseis gefangen fort. Bei der Einnahme von Nynersos überfiel er den Palast des Königs oder Priesters Chryses, der in der Verzweiflung den Strick um den Hals schlang und sich dem Tod gab. Sein holzseliges Kind Chryseis oder Hippodamia wurde dem Sieger zuteil, und er führte sie als seine Lieblingsbeute ins griechische Lager mit sich davon. Auch die Insel Lesbos und die Stadt Theben in Kilikien, am Fuße des Berges Plakos gegründet, unterlagen seinen Angriffen. In der letzteren Stadt herrschte der Eidam des Königs Priamos, der König Eäzion, dessen Tochter Anthromache mit dem tapfersten Helden Trojas mit Hektor vermählt war. Sieben blühende Söhne wuchs noch in seinem Königshause. Der Kamm Achill stürmte die hochragenden Tore der Stadt und erschlug den König mit den sieben Söhnen. Als der Leichnam des Hohen Fürsten, der von herrlicher Ehrfurcht gebietender Gestalt war, vor dem jungen Helden ausgestreckt lag, bemächtigte sich desselben ein Grauen und eine Scheu, und er wagte es nicht, den Liegenden der Waffen zu berauben und sich dieselben als rühmliche Siegesbeute anzueignen. Er verbrannte daher den Leichnam zur ehrlichen Bestattung im vollen kunstreich gearbeiteten Waffengeschmiede und türmte ihm ein mächtiges Denkmal auf, das noch lange, von hohen Ulmen umschattet, die Gegend schmückte. Die Gemahlin des Königs, die Mutter Anthromaches, führte er mit sich fort in die Sklaverei. Noch gab er sie später gegen ein reiches Lösegeld frei, und sie kehrte nach der Heimat zurück, wo ein Pfeil der Göttin Artemis sie am Webstuhl traf und tötete. Aus dem Stalle des Königs führte Achill sein treffliches Pferd, Pedasos genannt, mit sich fort, das, obwohl sterblich gezeugt, es doch an Kraft und Schnelligkeit mit seinen eigenen unsterblichen Rossen gleichtat, und mit ihnen um die Wette am Wagen einherlief. Aus der Rüstkammer des Königs Aetion aber nahm er sich viele Herrlichkeiten mit, unter anderem auch eine ungeheure eiserne Wurfscheibe, so groß, daß sie einem Bauer fünf Jahre lang Eisen zu seinem Ackergeräte würde gegeben haben. Nächst Achill war der tapferste und riesigste Held unter den Griechen, der Telemannos Sohn Ajax. Auch er feierte nicht. Er führte seinen Schiffszug nach der thrakischen Halbinsel, wo die Königsburg Polymnestros ranzelprangte. Diesem hatte der König Priamos von Troja seinem jüngsten Sohn Polydaros, den er mit der Laotee, einem Krebsweibe gezeugt hatte, zur Pflege übersandt und dadurch seinen Liebling dem Waffendienst entzogen, auch dem thrakischen Könige zur Beköstigung des Kindes Gold und Kostbarkeiten genug übergeben. Dieser Schätze und des ihm anvertrauten Unterpfandes bediente sich nun der treulose Barbar, als sein Land von dem Helden Ajax überfallen und seine Burg belagert wurde, den Frieden zu erkaufen. Er verleugnete seine Freundschaft mit dem Könige Priamos, verfluchte ihn, teilte Geld und Getreide, das er zur Nahrung des Knaben von ihm empfangen, unter die griechischen Streiter aus. Dem Ajax selbst aber überlieferte er das Gold und alle Kostbarkeiten seines Verbündeten und endlich den Knaben Polydaros selbst. Ajax kehrte mit seiner Beute nicht sogleich zum griechischen Schiffslager zurück, sondern wandte sich auf seinen Schiffen nach der phrygischen Küste. Dort griff er das Reich des Königs Teutras an, tötete den König, der ihm an der Spitze seines Heerhaufens entgegenzog, in der Schlacht und schleppte die Tochter des Teutras, die königliche Jungfrau Tecmesa, die edelgesinnt und von herrlicher Gestalt war, als Kriegsbeute mit sich fort. Doch ward sie ihm bald wegen ihrer Schönheit und ihres Edelsinnes lieb. Er hielt sie hoch wie eine Gemahlin und hätte sich feierlich mit ihr vermählt, wenn es Griechen Gebrauch gewesen wäre, eine Barbarin zu freien. Achil und der Telamonia trafen von ihren glücklichen Streifzügen, ihre Lastschiffe voll Beute, zu gleicher Zeit im griechischen Schiffslager vor Troja wieder ein. Alle Danahe gingen ihnen unter Lobgesängen entgegen. Bald umringte sie eine ganze Versammlung von Streitern. Man stellte die Helden in die Mitte, und unter jubeltem Zuruf wurde ihnen als Lohnen der Siege ein Olivenkranz aus Haupt gesetzt. Ausdann hielten die Helden einen Rat, um über die mitgebrachte Beute, die von den Griechen als Gemeingut angesehen wurde, einen Beschluss zu fassen. Da wurden denn auch die gefangenen Frauen vorgeführt, und alle Danahe staunten über ihre Schönheit. Das Anrecht auf die holde Brisetochter wurde dem Achil, dem Helden Ajax, der besitzt der königlichen Tecmesa, bestätigt. Überdies durfte der Pelide auch die Gespielin seiner Geliebten, die holde Jungfrau Diomedia, behalten, welche sich von der Königstochter nicht trennen wollte, mit der sie von zarter Kindheit an im Hause des Brises aufgewachsen war. Sie hatte sich, vor die griechischen Helden geführt, zu Achils Füßen geworfen und flehte ihn unter Tränen an, sie nicht von ihrer lieben Herren trennen zu lassen. Nur Astynome, die Tochter des Priesters Chryses, wurde dem Völkerhirten Agamemnon, seine Königswürde zu ehren, zugesprochen und von Achil auch willig abgetreten. Die andere Kriegsbeute an Gefangenen und Mundvorrat wurden Mann für Mann unter das griechische Heer verteilt. Dann brachte Ajax, von Odysseus und Diomedes aufgefordert, die Schätze des Königs Polymnestor aus seinem Schiffen herbei, und es wurde auch davon, dem Könige Agamemnon ein schöner Teil an Gold und Silber zugeschieden.